Ich probier's mal von hier an. Okay, ich glaub ich hab ihn einfach nur verfehlt. Und ich glaub ich hab ihn noch mal verfehlt, was zur Hölle? Jetzt hab ich ihn nicht mehr verfehlt. Bitte, blockiert ihn irgendwie! Nein? Ihr wollt nicht? Freut mich. Wo ist eigentlich mein Kollege? Ich hatte ja nämlich jemanden von dem FIB Office. Okay. Sir, stehen bleiben. Olashpudu! Ja, ja. Geh auf den Boden und spreiz die Beine, mein Süßer. Ach, da bist du ja! Ach, eh gedrückt halten. Upsi. Jo, also... Fahrzeug. Ha. Das kann jetzt erstmal interessant werden. Ich bräuchte ein Fahrzeug von dir. Nein, rauswerfen! Ja, das ist jetzt erstmal scheiße für dich, Kollege. Du willst wirklich was von mir, hä? Und ausgleich mein Kollege wurde überfahren. So. Könntest du jetzt bitte einsteigen? Wir sind in der Verfolgung. Und... Ja, natürlich. Ich hab mit diesem Fahrzeug auch das Video gestartet. Dementsprechend... Hab ich's jetzt auch erstmal wieder geholt. Und so. Hölle Cindy. Du kannst... Oh Gott. Ja, auf dieser Strecke. Hm. Ja, also... Da muss ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken machen, dass die Person fliehen wird. Vor allem, weil noch ein Helikopter dort noch rumfliegt. Was zur Helle hab ich an? Bleached. Ja, das freut mich. Irgendwas ohne YouTube-Probleme. Und zwar Charker-Attack. Meine Lieblings-Sendung. Jo. Also. Ich bin hier mal gespannt, ob er noch... Da ist. Ähm... Okay. Hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass... Er sogar Raum schafft. Okay. Ist eine willkommene Änderung. Ja. Nettes Pit-Manöver, wenn man es so nennen möchte. Okay. Tu mir einen Gefallen und steig einfach raus. Ja. Auf dem Boot. Jetzt tu mir diesen Gefallen. So. Und jetzt erstmal hier festnehmen. Nein, welche... Wen hab ich jetzt überhaupt angehalten? Ja, das wollte ich eigentlich ursprünglich machen. Aber danke, Game. Ähm... Ja. Also. Wen auch immer ich jetzt angehalten habe. Ignoriere das einfach mal. Okay. Ja, das war jetzt grad wirklich notwendig, ihnen dann... Die Tür aufzumachen. Ja. Danke, dass du auch so Rücksicht genommen hast. A Fuck-Off-Game. Okay. Gib mir mal zwei Sekunden Zeit. Naja. Für mich wird es jetzt erstmal heißen... Downtown Los Santos. Ich würde kommen. Bitte hört auf zu schießen. Bitte hört auf zu schießen. Auf wen schießt ihr eigentlich noch? What the fuck? Kollege! Was machst du? Oh. Verdammt nochmal. Nope. Nope. Yep. Ist das hier. Und bitte einsteigen. Oder dich einfach hier verfangen. Das ist natürlich auch ne Option. Jesus! Ja komm, bitte heute noch einsteigen. Ist das vielleicht ne Option? Danke. Okay. So, Sirene anmachen. Und ansonsten... Ah, wo zum Teufel will der hinfahren? Wenn ich es jetzt nicht die ganze Zeit vergessen würde, würde ich mal wahnsinnig gerne eine neue Sirene hinzufügen. Oder zumindest einen neuen Sirenen-Sound. Weil... Ja, den... Standardmäßigen kann ich langsam echt nicht mehr hören. Und das sieht man jetzt erstmal natürlich nicht. Aber fix car. Der ist hier grad zu schnell vorbeigefahren. Oh, toll. Ja, ich weiß. Hier sollte ich am besten die Minimap aktiv haben. Aber... Ich... Stehe es anscheinend darauf, euch und mich selber damit zu quälen. Ich hab halt gewisse Fetische, die müssen gestillt werden, wie es so aussieht. Oh, komm jetzt! Dieses Schreien war jetzt nicht notwendig. Okay, ich komm schon mal näher. Das ist mein Fortschritt. Aus dem Weg! Buttas! Ähm... Ich sag jetzt nicht, dass er nach oben gefahren ist. Fuck off. Ja, jetzt habe ich wenigstens einen Helikopter, der mich darauf hinweisen kann. Wo zur Hölle der überhaupt hinfährt. Ja, schön. Jetzt kann ich erstmal Mühe reinliefern mit dem Dodge Charger ST8. Und er scheint den deutlichen Kürzern zu ziehen. Verdammt nochmal. Ehrlich jetzt? Fenix? Kollege, willst du deinen Klassiker wirklich ruinieren? Äh... Naja. Egal, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz rausfinden, ob er überhaupt jemanden auf der Beifahrersseite hat. Und ich weiß eigentlich, selbst wenn er jemanden dort hätte... Wenn ich einen Callout reinbekomme, ist er so oder so auch böse. Aber... Sind wir mal nett und fair. Oh, es ist sogar ein C. Und... Hat keinen Beifahrer. Okay. Sobald sich die Möglichkeit dazu bieten wird, werde ich jetzt erstmal versuchen, sie abzudrängen. A.k.a. ein Pit-Manöver. Also... Wirklich schön zu sehen, wenn ich mich bei A.k.a. auffänge. Passiert nicht wirklich sehr oft. Komm schon. Bitte fortfahren, Victoria. Schneller. Wenn du jetzt abbiegen willst, das wird ein Fehler sein. Ach du heilige Scheiße. Komm schon. Na ja. Ist zwar kein richtiges Pit-Manöver gewesen, aber... See if I care. Gott. Ma'am. Stehenbleiben. Komm. Stehenbleiben. Komm. Ich hätte schwören können, dass ich weiß, wer diese Person ist. Hm. Ist bestimmt nicht diese gute Frau, die normalerweise bei Nacht in der Nähe von Crow Street rumsteht. So, kann ich sie jetzt vielleicht festnehmen. So. Ist was mir. Ansonsten. Ich würde sie ja wirklich gerne abholen lassen, aber das ist ja leider keine Option. Dementsprechend... Ist jetzt erstmal meine beschädigte Ford Crown Victoria dafür zu verwenden, dass ich jetzt erstmal sie noch zum Polizeirevier fahre. Gott. Für was mache ich eigentlich eine Tür auf? Ja, bitte tu es einfach. Vielen Dank für die Kooperation. Nun ja. Es ist mir ganz kurz, weil ich... Aus irgendeinem Grund kann ich es nicht ertragen, weil mein Fahrzeug ziemlich beschädigt ist. Auch wenn ich wie in wahnsinnige Gefahr. Aber trotzdem. Das Fahrzeug muss heil bleiben. Ja, da vorne. Ah, da sind wir ja schon mal. Sehr schön. Fuck off game, bitte. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber in Ordnung. So, bitte aussteigen. Komm schon. Ja, dass es sich aber auch echt nicht stützen könne. Aber um Fahrzeug zu sein, mein Charakter zieht die eigentlich schon etwas aus dem Fahrzeug raus. Also... Ja, das ist immer mal fair. Kommst du jetzt endlich? Ich habe schon mal eine Tür gehört. Danke. Danke. Nun ja. Jetzt lass mich hier rein. Feel you up? Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle du überhaupt meinst. Komm jetzt rein. Bitte jetzt. Danke. Danke. Ähm. Komm. Hm. Verdammt nochmal. Nun ja. Jetzt lass mich hier wieder raus. In der Hoffnung, dass ich vielleicht gleich eine Robber in Progress bekomme. Verdammt nochmal. Sprechen. Weil das durfte ja ziemlich interessant enden, weil wie gesagt realistischer Waffenschadens-Mod hat und noch Leute, die die ganze Zeit von dem Van rausschießen. Kann das kaum erwarten. Nun ja. Währenddessen gucke ich mal vielleicht, ob ich hier ein gemoddetes Fahrzeug anhalten kann. Ähm. Okay. Was sollte diese Aktion, du Polizisten-Mörder? Ja. Unsere wirklichen Krankenwagen kann jetzt auch nicht rufen. Obwohl. Jetzt lass mich hier ganz kurz. Kontakte. 911. Was ist das falsch mit denen? Ich bräuchte einen Krankenwagen. Oder Notarzt. Oh ja. 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 Ich glaube ich war schon Wurf wert. Ja. Dann muss jetzt nicht die ganze Zeit die Map aufrufen. Praktisch. Sirene anlassen. Und sobald ich den einmal nur schießen sehe, diese... Ähm. Ja, das hat es jetzt eigentlich auch erledigt. Was? Ich brauche jetzt erstmal hier... Local Swap Team. Oder... New Swap Team. Hm. Mach mal Local. Ach du Scheiße. Wir brauchen weitaus mehr. Ja. Ja. Die sind doch nicht mal mehr in einem Band drin, die sind in einem Bravat und beißen. Ja. Ich werde doch nicht mal versuchen die festzunehmen. Ähm. Okay. Und das verstehen die und der Local Swap Team. Was zur Hölle. Ja. Also... habe ich gehofft, dass sie noch aussteigen werden und statt von der schöne Schießerei hat. Ach. Verdammt nochmal. Pursuit in Progress. Mirror Park natürlich. Ist gut, Frau Gespercherin. Ich war ja schon wo. So. Mirror Park ist vor uns. Aber... Ja. Ich musste nur sicher gehen, dass sie ja wirklich da sind. Lalalala. So. Mal ganz kurz hier das Fenster aufmachen. Und wieder die Waffe ziehen. Weil... Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Was zur Hölle. Ich nehme mal an, dass die... Ja, Person da drüben ist. Und ich sehe sie schon fahren. Praktisch. Was fährt der? Wer für einen Moment hat es ausgesehen, als wäre es ein Sentinel gewesen? Ne, warte mal. Es ist wie eine Fenix. Komm schon. Ist das die dritte Fenix, die ich heute dann versuche aufzuhalten? Oh ja. Komm. Steig aus. Wir wollen doch nicht, dass irgendwas Falsches passiert, oder? Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Nice and slow. Ich lasse mich hier nicht einfach einen Punk nennen. Also wirklich. Verdammt nochmal. Oh Gott, wie gerne würde ich diesen Dodge Challenger jetzt fahren. Ich darf ihn nicht ablenken lassen. Hi. Du bist die erste Person, die ich heute anhalte. Crazy. Okay. Ah, Jimmy Anista. 1992. Was für ein Name. So. Jimmy... Anista. Da. Okay. License is valid. No active warrants. Freut mich doch wirklich zu sehen. Nun ja. Leute, das war jetzt erstmal GTA 5. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später. So. Ja.